hallo leute herzlich willkommen auf den kanals und wenn ihr hier in den dinge rein und ja beste methode nicht verletzt zu werden ist auf dich zu achten wenn wir kommen bei den des verderbens winziger was man nicht allzu sehr aber nicht einmal ein drohnendes an mich von meiner mission ab wenn du glaubst mich in diesem zwielicht in allen überwältigen zu können ist du schmerzlich ich bin ein meister ich verschwinde ein bisschen nach zwei d kann ich noch mal hauen ach ach abputz war gerne jemand hauen konnte so so wow au au runtergefallen nachkommen das jetzt noch mal machen fest ist fürchterlich schlau leute ich habe gesagt übrigens das ist ja am 24 beginnt ist nicht da ist zu wenige leute aufgeben bei diesen projekten machen wollen das heißt wäre auf jeden fall die das ist doch zum heulen ich bin so dumm junge leute jetzt muss ich mich konzentrieren auf pizzen lässt sich gut hier ist nichts mehr okay perfekt jetzt können wir weiter ich bin hier Passiert nix. Ah, jetzt... Jetzt kann ich da rein. Aha! Oh, ich hab's geschafft, Dimmel. Ich hab's geschafft, Dimmel. Ich bin noch irgendwo... Zurück. Okay. Weiter geht's. Vollpunkt. Au. Mann. Nein! Oh! Oh! Und ein? Ey, wie soll ich denn sein? Ja, okay. Den schaffe ich auf jeden Fall nicht. Ey, das ist... Ah, Leute. Das ist ärgerlich. Im Glück ist ja hier Kontrollpunkt. Nein, ich bin runtergefallen. Oh. Jetzt aber. Nein. Was soll ich denn da hoch? Oh, danke für die Rettung. Okay. Dieses kleine Kätzchen... Kätzchen... Ha. Dieses kleine Kätzchen re... 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 Kann ich mal lesen, Leute. Dieses kleine Kätzchen rekrutiert Golems für seine Armee, aber seine Gedanken und Rollenzeug hat bei mir nicht geknickt. Okay. Ich habe mich in diesen Käfig gesteckt, aber er hat keine Ahnung, wer sich da assistiert. Schau. Die... Schau. Guck mal. Strimm. 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 Rund 23. Ich habe sogar mehr, fürche Selten und Laki. L und Y hatte ich nicht gefunden. Egal! Kann ich ja später irgendwann mal... Alles besser. War ich in einem Allstream oder so? Genau. So. Okay. Hier. Lucky, warte. Du bist Lucky Slift. Hey, ich hab schon so vieles über dich gehört. Ich konnte deine Eltern bevor, bevor nun, bevor alles zum Teufel ging. Ich bin Portalmeister Petit. Früher nannte man mich ein Torwächter. Ich hab alle Portale in den Hauptgruppen verwaltet, ehe sie verschwunden. Verschwand. Keine Ahnung. Okay. Wie wir aber das nächste hier machen, das seht ihr in einem nächsten Video. Wir gehen erstmal nochmal hier rein und gucken, ob hier irgendwas drin ist. Ich glaub, das ist wieder so ein Zeitspiel. Nee, es ist tatsächlich ein Rätsel. Wie bist du hier heruntergekommen? Das ist mein Territorium. Also hau ab. Oh, ein harter Junge. Dann hör mal her, harter Junge. So drüben schwindet sich ein Rätsel, das meine Wenigkeit hier entworfen hat. Ich bete, du schaffst es nicht, es zu lösen. Okay. Also das. Warte. Hey. Mach. So. Hm. Das ist nach unten hin. Okay, eins ab jetzt. Dann ist das da hin. Dann komm. Hey. Tschüss. Mann. Komm mal hin, ey. Tag. Tag. Nein. Tag. Ach, das ist fertig. So. Bam. Direkt noch was. Der Rätsel, glaub ich. Hast du Schip, Schip, schon getroffen? OMG. Okay, ich kann nicht mehr, aber ich brauche weiter. Drei, drei, ja. Okay. Leute. Wie ich das mache, das seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abonnenten. Schaut auch gerne auf dem Discord. Server vorbei, der ist unten her. Schaut auch gerne verlinkt. Alles in eurem Traum auf den Tag. Auf drei Leute. Euer Sack. Ciao, ciao.